Moin moin und willkommen zurück Lost in Random wir sind noch dabei und wir suchen jetzt den kleinen Jungen aus unserem Dorf, Bernie, der uns hier helfen kann wahrscheinlich. Warum die auch immer zu den Sechser gekommen sind, weil eigentlich gehörten die ja nicht dazu, die Kinder, aber die sind auf jeden Fall dabei. Wir gucken jetzt mal, ob wir den finden können. Wenn wir den finden können, kann der uns vielleicht helfen und sagen, wie wir zu unserer Schwester kommen. Eventuell. Ich weiß nicht, ob es irgendwas Geheimnisvolles gibt, aber die gibt es nicht. Ohne. Ah. Da hinten ist einer mit einem Fragezeichen Marktplatz von Dreiheit. Dreiheit. Oh. 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 Freedom was a district tearing itself apart in a three way civil war. A murdered father. Each suspecting the other of the deed. Wie abgefahren, oder? Sieht so aus, als hätte sie schon mal bessere Tage gesehen. Muss schön für dich sein. Du kanntest den König? Ja. Ja, das ist so. Aber ich bin ein distanter Freund. Ich bin weit genug, um außerhalb von den Däumen und nicht zu wählen. Du wißt du, ich habe ein distanter Freund, ein Freund von mir, den ich nicht von in einem Zeitraum gehört habe. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe das letzte Mal gehört, dass sie in der Dukesgarten, zu spielen, um zu essen, ich denke. Wenn ich sie wieder sehen würde, ich würde sie sagen, dass ich sie vermisse. Das ist alles. Es ist schade, aber du hast nicht immer die Leute, die du nicht mehr in dein Leben glaubst. Und es wäre mir gut, zu wissen, dass sie weiß, dass ich sie vermisse. Aber es ist zu gefährlich für mich, um den Kampf um den Kampf zu fliegen. Bitte entschuldigen Sie mich. Warum hast du gefragt, Stranger? Was ist deine Motivation und all das? Oh, wie heartbreakend für dich. Wie tragisch, du poor child. Also, hast du welche Kinder gesehen? Oh, heavens, no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, understand. What would that paranoid count demand full reports of everything everyone does every day and all? Naja, danke für, ähm, was auch immer. Den können wir noch was kaufen gleich. Faszinierend. 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 I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Natürlich. Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war? Turning our lord their fathers castle into a battlefield. Surely you know the story of the three siblings? Äh, tun wir so, als ob ich das nicht täte. Oh, die drei Geschwister natürlich. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? Äh, keiner von ihnen? None of them? None of them? Oh, I've never heard such an opinion before. Es ist schuldig. Es ist direkt. Es ist ziemlich möglich. Es ist ziemlich verrückt. Ich schreibe es hier in meinem Survey. So bin ich. Immer anders als die anderen. So. Was ist denn für ein Heioper hier? Der Angriff hat begonnen. Der König muss geschehen werden. Was? Identifikate dich, strangerer. Ich bin Iven. Wie heißt du? Ich bin Niska. Und ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin jemanden wichtig. Ich denke... Ein Ruler vielleicht? Bevor der Krieg. Du hast von einem König gesprochen. Hast du ihn beschützt? Oh, Iven. Du süßes Kind. Du kannst nicht weiter klingeln zu dem Vergangenen. Der König ist tot und weg. Seit Jahren. Erinnerst du dich nicht? Äh... Das tue ich nicht, Niska. Was? Wie kennst du meinen Namen? Okay. Sie ist ein bisschen komisch. Du hast ihn mir gesagt, vor ein paar Sekunden. Was? Ich habe dich nie gesehen in meinem Leben. Der König! 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 Ich kann nicht warten, um nach Hause zu kommen. Aber ich kann nicht nach Hause zu kommen, ohne den Weg zu wissen. Oder kann ich das? Oh! Hey, Herr! Herr, äh, 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 wow. Äh, 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 okay. Oh, wer war das denn? Oh, wer war das denn? Wer hat ihn da geschnappt? Oh! Mysteriös, mysteriös. Okay. Oh, voilà. Hä? Ich habe noch irgendwas gesehen. Noch mehr? Hängt hier noch mehr oben rum? Ich hab hier irgendwas versteckt, aber hier ist nichts versteckt. Also, die ab und zu kameraführung echt blöd. Merkt man selber so besonders. Die Figuren wiederholen sich auch so ein bisschen, ne? Das ist auch ein bisschen schade. Entschuldigung, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Alive? Ich dachte, ich sah einen, der hier vorhin rief. Ein junger Mann. Boxige Kleine. Ich kann nicht sagen, dass ich es geschafft habe. Aber du hättest ihn schnell finden, bevor der Schattenmann macht. Was? Wer ist dieser Schattenmann? Ha, 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 ha. Jeder weiß über den Schattenmann-Kind. Besonders Kinder sind alle allein. Kinder gehen hier nicht auf Super-Voiced. Das ist, was den Schattenmann entsorgt. Alles, was ich weiß, ist, dass, wenn ein Kind fehlt, der Schattenmann hat wahrscheinlich ihn. Auch, wie sie es sollten. Du solltest dich Angst haben, Kind. Schau. Hm? Lass mich allein. Ich bin beschäftigt. Margarine Tuck. Margarine Tuck. Ich bin auch beschäftigt. Ich versuche, ein Kind zu retten. Gute Glück mit diesem Schattenmann. Wenn es ein Kind gibt und erinnert hat, der Schattenmann hat ihn wahrscheinlich nicht. Er hat es? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, dass du weißt, wie meine Schattenmann findet. Sag es mir. Achso. Bitte. Der Schattenmann. Er war in der Zeit der ersten Nachtmärkte. Und er lebt bis heute. Aber nicht wie du oder ich. Er lebt in den Wallen. Die Wallen von Mulgrew Alley. Und er kann dich immer sehen. Aber du kannst ihn nur sehen, wenn es dark ist. Schau. 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 Also ist er ein Geist? Mhm. Wenn er nur ein Geist wäre, würden wir diese Gespräche nicht haben. Auf Wiedersehen. Ich denke nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Hm? Straßenlatern-Terminal. Guck mal. Da können wir unten die Straßenlatern ausmachen. Da finden wir den Typen bestimmt. Oder? Hallo? Ist hier jemand dieser gruseligen, dunklen Allee? Ah, warte. Ich fühlte sogar plötzlich, als wäre sie geguckt worden. Und um die Wahrheit zu erzählen, bin ich auch. Schau. Schau. Gehen wir da rein. Jetzt haben wir alle Lampen ausgemacht. Jetzt müssen wir da ja gleich auftauchen irgendwo. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht da oben jetzt. Wenn man die Lichter in der Muldenallee ausmacht, hat sie gesagt, ne? In der Muldenallee. Guck mal. Hm. Wir sind ja lang wieder an. Warte mal. Da liegen doch die Bonbons von grad eben. Oh, oh. Hey. Mr. Are you the shadow man? Oh, I have many names, little one. Okay. Fair enough. Uh, have you seen a little boy? About... Yehi? Oh, I can't think. Hmm. This one? Ja! Oh, wow. Even, is that you? I'm so glad to see you. Can you believe I'm stuck? Let him out! Und jetzt? Denkst du, ich hab Angst vor dir? Hab ich nämlich nicht. Das ist vielleicht wahr. Aber es gibt eine andere Wahrheit. Wie bitte? Und jetzt? Wenn du jetzt nicht Angst vor bist, dann wirst du mich überlegen. Lass ihn gehen. 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 Oder in diesem Fall? Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Und du hast nicht, was ich brauche. Was willst du für Bernie haben? Nichts, was du, Kind. Und ich verwirre, nichts, was du mir bringst. Ich bin schwer, als ich aussehe. Das bleibt, um zu sehen. Aber vielleicht bist du recht. Ich will das gleiche, was alle uns hier wollen. Frieden. Ich will den Triplich-Wahrtang. Ich trage mich über Bill Thirl. Bevor dieser Krieg, ich war die größte Schmerzungsmögliche in der Welt von random. Die Kinder werden gefährdeten, um meinen Nählen zu spüren, ob ich mich für sie gekommen bin. Und oft habe ich das. Aber die Leute nur wirklich Angst haben, die in der Schmerz, während der Frieden. Während der Krieg, sie sind größte Schmerzungsmögliche durch die größte Schmerzungsmögliche. Und so niemand mehr Angst hat den Schmerzungsmöglichen. Leben ist größer Schmerzungsmögliche. Und sie haben... ...einhalte mich. Wenn du willst, wenn du mir einen Lennart geben willst, dann will ich dich, das zu ändern. Ich will nicht, wie. Ich will nicht, wie. was. Ich will nicht, dass du wieder wieder Angst hast. Ich habe dich geguckt. Ich weiß, du bist ein Schmerzungsmöglicher. Mein Freund hier trägt nur ein Kostüm. Silence! Don't insult me with your bloody eyes. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out. Or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy. No hope. And you will never see your sister again. War vice upon odd. For you, there are currently more important questions at stake. Go even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders. And my holder won't be held at bay forever. Okay. To save Bernard from the wretched Shadow Man, even had to end threedoms civil war. It was a hard task. An impossible task. But she was not going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Okay. Gucken wir, ob wir jemanden finden, der bei uns redet. War ja schon genug, mit dem wir geredet haben eigentlich, aber... Vielleicht finden wir noch jemanden, der bei uns irgendwas weiß. Ja hier vielleicht. Die poor woman, habe ich gesehen, Nishka. Wer darfst du den König? Ich habe das erst mal gemacht. Die poor woman, komplett verrückt. Komm her! Jetzt ist sie da oben. Okay, dann reden wir mit ihr mal. Mit ihr brauchen wir nicht noch mal reden. Und mit ihr. Du, ich erinnere dich. Wir haben vorher gesprochen, nicht wahr? Das haben wir. Es war heute nicht gar. Nein, ich erinnere mich nicht. Und, ich erinnere mich, was du willst? Wer hat diesen Krieg begonnen? mit den Kindern. Die drei Kinder. Die, sie, sie, etwas passiert. Hat einer der Drillinge, den König ermordet? Es gab von seinen Kampen. War jemand mit ihm? Ich war sein Körper, und ich fuhr um zu schauen, und... er sollte schlafen sein, aber... ... und entschuldige, bitte weinen nicht. Ich bin entschuldige, ich... ... es war so schade, so... ... ich bin entschuldige, ich erinnere mich, worüber wir gesprochen haben. Hallo, Nemo. Ich erinnere dich? Die Kinder des Königs, so schöne Kinder. Sie sind so wunderschönen jungen Männern und Frauen. Der Duke, die Baroness und der Count, so ein Geschenk. Die ganze Royal Court war so... ... ... ... so... ... ... ... ... ... ... Erzähl mir etwas über den Grafen, Erzähl mir etwas über den Herzog, Erzähl mir etwas über den Herzog. Wir hören mal alle drei an. Er ist paranoid, capricious und furchtbar, aber sein Herz ist in dem richtigen Platz. Er hat mich einmal beobacht, mich zu versuchen, ihn zu verabschieden, nur weil ich versucht, ihn zu verabschieden, seine Herzen. Wir hatten alle ein schönes Lachen darüber, oder zumindest... ... ... ... Ich glaube, wir haben es gemacht. Erzähl mir was über die Baroness. Er ist schwer als Naill, schwer als Kanone, wirklich. Schwer als Kanzler, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich würde ihn nicht nennen, ein Glutton für Leben, mehr als ein ... ... ... decadent, you might say spoilt, but I'd say he's really more cultured. He once told me his goal was to eat every animal in the kingdom, all in one single dish. He achieved it a week later and said the dish was as delicious as it was disappointing. Ich würde gerne über was anderes reden. Oh, that's very nice. You're a nice young lady. Fällt dir etwas ein, dass diesen Krieg beenden könnte? I'm sorry, I'm afraid, I'm afraid that these days I don't remember things as well as I used to. I have moments where I can see things so clearly and then, poof, poof. There have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person or an event. That could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet, that could bring it all back. Oh, and if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. I feel certain of it. I'm sorry, find what? What were we talking about? Oh, if only I could remember. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. okay so bevor die würfel darauf würfeln werden die wir noch mal schnell hin zu das stimmt klar machen wir haben sieben oder fünf das heißt wir können auch nicht ordentlich was ausgeben ich bin ein paar karten mehr bräuchten wir noch mal aber ich will gucken was es da so gibt geschwächt beschwören und die gegner verlangsamen die in teil der würfeldimension gefangen sind hält nur zehn sekunden ist nicht so viel so wo es jetzt reingekommen ist da was das doch oder nichts ändert nach dem zufallprinzip die kosten der karte da habe ich so ein bisschen angst vor dass das nach hinten los geht wieso war noch zurück keine deckung im fluch kristallfluch hatten wir schon schmiede blinzen auch noch und hier ist ein geschenk für treue kunden eine goldene nadel kann in der würfeldimension benutzt werden indem du mit einer karte in deiner hand auf spaß bis er erneut gewinnt wird je mehr du hast desto mehr karten kannst du aufsparen das ist die cool muss man machen jetzt machen wir mal schaden hier so das sind jetzt karten nachher für schaden die wir nutzen können das machen wir auch aber jetzt wollen wir erstmal würfeln und dahin müssen mit den nadel muss gleich mal gucken wie genau das funktioniert die tatwürfe müssen wir finden und drei gegenstände jeweils von einem der kinder wer ist wert ja das fragt man sich auch ich kann noch nichts machen so wir müssen wir unten raus sehe ich gerade es gibt hier runter das wäre dann hier es ist nicht besonders toll jemand hätte schon von langer zeit wir das nehmen sollen es gibt aber ich würde aber die Idee der jemanden aus meiner statuie schmerzt meine Hand ist wunderschön obwohl er da war da da noch ein paar Tage jetzt habe ich glaube dass es keine regierung wo ich nicht ein bisschen kann Du weißt was, ja, ich werde etwas machen. Diesen Abend wird Harold Tripleton etwas tun. So, jetzt sind wir hier bei den Schützengräben und hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, falls ihr Lust habt, seid beim nächsten Mal dabei. Ich würde mich freuen und ja, abonniert. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.